ich habe mir mal 60 kg das schreibt und den wagen dazu bekommen nicht die metall dinger so einen aus plastik geht das ist cool der kunde bezahlt das zombie bin ich mir nicht sicher naja er bezahlt auf eine andere art und weise ja mal wieder wobei das ging noch Was ist das passiert? Ich bin so ein wunderschön Was ist das passiert? Wie ist das passiert? Mit einem Biss Was ist das passiert? Die Menschen, die hier lebten, aber es war nicht sicher. Nicht für mich, nicht für meine Frau. Sie haben nicht die gut behandelt. Nicht wirklich. Sie haben sie weg, in den Wald. Sie können mir nicht sagen, wo. Und ich beobacht sie, in jeder Weise, wie ich dachte. Sie haben einfach lacht. Also habe ich sie zu töten. Und ich bleibe hier, bis sie kommt nach mir. Eine Art oder andere. Sie wird zurück. Vielleicht hast du mich nicht gehört, das letzte Mal. Wenn ich dich gefragt habe, und ich bin mir gelöscht. Ich bin mir gelöscht. Ich würde mal kurz sagen. Ich würde mich nicht w Metrolsen aufnehmen. Ich würde mich abnehmen. Ich würde mich liebsten. Hm. Aua. Das tut doch weh. Und wenn man den Ernst in die Eier kiebst und sie dann aufhängt. Aua. Das ist aber nicht nett. Ähm. Okay. Uah. Ähm. Ja. Und jetzt sieht man mit seiner Waffe auf sie. Gut. In dieser Welt der Unterschied. Oh. Vor allem hat sie den Hinterkopf weggesprengt. Aua. Ja mal, Alter. Vor allem, dann so tun, als wäre er nichts. So, ja, du hast erschossen. Ja, okay, ja, lass uns zur Form zurückgehen. Ja, okay, gut. Wie geht's zur Form zurück? Sag zum Gehirn wenigstens. Hm, ja, grrr. Kunde sagt nur, hast ein Problem und merkt nicht bald, dass er selber ein Problem hat. Schon im Hotel gearbeitet. Naja. Mir reicht das, wenn ich mit Frutches einkaufen gehe und die hirnlosen Idioten da langlaufen sehe. Oder so langsam vor einem schlendern, dass man denkt, man kann dem im Gehen die Füße besohlen. Oder den Wagen mitten im Weg stehen lassen. Ihre Kinder durch den Laden rennen lassen. Und ich hatte zwei Praktik, zwei Mal Praktikum im, im, in der Gastro. Also heute fallen mir die Wörter echt nicht mehr. Och, seid ihr von mir am Freichen. Alter, die sind ja in sich nur am Fertig machen, die beiden. Oh, 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 oh. Well, it's probably just the hunger talking. We all did a little testy. We'll fix that shortly. Emily, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Be happy. I gotta go have a look around. Don't wonder too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cat. Weiß gar nicht, ich glaube, so lange dürfte die fünf Episodes gar nicht mehr gehen. Oh Gott. Oh, die hasse ich ja. Ich bin verbindet, aber mei. Ich bin tausendmal schneller und nicht die arme Kassiererin 30 Minuten zu, bis Security kommt. Boah. Ja. Wie lange wir teilweise auch an der Gasse stehen, weil dann Zeitlupe, dann das Kleingeld und dann wird noch geklönt. Ah, ich hasse einkaufen. Ich hasse es. Und in den meisten Läden sind die Gänger auch nicht so schmal. Also wie die Katzen. Ach nee, ich habe doch was vergessen. Ich muss nochmal zurücklaufen. Ach nee, das ist mir dann doch zu teuer. Das sollte doch nur so und so kosten. Das ist nämlich... Das ist... Das ist so lange diskutieren. Nee. 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 Hassig. Hassig wie die Pest. Aber schlimm finde ich immer die Leute, die dann, wie gesagt, entweder vor allem so langsam sind oder den Wagen vielleicht gehen lassen. Mitten im Weg. Nicht mal zur Seite fahren, sondern wirklich mitten im Weg. Weil es muss ja auch kein anderer mehr nach mir durch, ne? Hauptsache ich bin da. Naja. Ja. Hey. So, what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? We found a woman in the woods. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her. Holy shit. Was she one of those bandits? I don't know. I think she was trying to tell me something. But then he just went off. I don't like this, Lee. I still say we should go back to the movie. Hmm, me too. But I know what's going on. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something? But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here and we don't need to be overstaying our welcome more than we already are. What are we going on? We're going on the bus. 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 bringen. Ich habe keinen Bock mehr. Die Klopfen ist auch nicht mehr. Bei ihm geht es ja schon los, wenn die Leute auf dem Parkplatz nicht richtig fahren können. Da geht es ja schon los mit dem Stress. Dem Laden geht es dann ja direkt weiter. Das hört es ja nicht auf. Es fängt der Parkplatz schon an. Und das geht so lange, bis man zu Hause ist. Weil die Leute es einfach nicht hinkriegen. Oder die Einkaufswagen die Schlange so lang machen, dass es mitten auf der Straße ist. Das ist schwer, dass du um diesen Schlange herumfahren musst. Damit du die Einkaufswagen nicht mitnimmst. Das war in unserem alten Wohnort ganz schlimm. Aber gut, das war auch ein Schärfparkplatz, würde ich dazu sagen. Auch jemand beim Einkaufen damit sie sich mit dem Motorrad laufen. Ja, das ist beim Einkaufen recht leicht, abzulaufen. Oder wenn man die Leute dann freundlich bittet, ihren Wagen mal beiseite zu fahren. Oder, das hatte ich einmal, als ich noch allein gewohnt habe, ich habe dann, ich habe es gewagt, den Einkaufswagen von jemand anderem zur Seite zu schieben. Und dann hieß es nur, ich solle den Wagen nicht anfassen. Oder ja, nichts draus klauen. Er sagte so, ihr Wagen steht bitte im Weg. Ich möchte da gerne durch. Ich würde gerne Käse kaufen. Wird man auch schon wegen angemeckert. Und da regen die sich über Ballerspiele auf. Die bösen, bösen Ballerspiele. Videospiele sind doch allgemein böse. Alle, die zocken, die werden doch Amokläufer und Vergewaltiger und was weiß ich. Ich komme von Real-Life-Shootern. Nur dazu leider niemanden, ne? Mein ich würde so gerne eine knallen. Ich laufe nur Amoklimser. Das weiß ich, Avi. Oder wenn Kitty in deiner Nähe ist. Wenn Kitty in deiner Nähe ist auch. Aber dann läufst du eher Kitty hinterher. Tos, tos, tos. Ich hau dann das. Apropos Limser, muss ich nachher auch noch hin. Ich hoffe, dass die Episode nicht mehr so lange geht. Oh, wow. Ja, aber nicht erwarten, dass das zu verändern. Das ist nur so, wie er ist. Oh. Nee, Husten. Der Husten schlägt grad zu. Mach mich nicht müde. Nee, nee. Der Husten geht nur langsam mit dem Rücken über. Also so, dass ich Rückenschmerzen kriege. Leider ein trockener Husten. Mit trocknem Husten, das ist immer ein bisschen ätzend. Aber ich hab ja, Gott sei Dank, Medikamente. Das hilft, hoffe ich. Schmeckt doch scheiße. Aber wie sagt man so schön, alles, was scheiße schmeckt, hilft? Kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Oh Gott. Widerlich. Ah. Ich hab Gott sei Dank noch eine ganze Packung vor, aber... Einfach nur... So, wieder rein. Wie dringend hat das Schleimgläser ausgesehen? Ja. Also das... Ich weiß nicht. Und Saft. Steht leider nicht viel drauf. Hat doch da. Naja, gut. Zum Einnehmen im Beutel. Für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Hm. Für den Rest müsste ich die Packung holen. Amproxylhydrochlorid, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist so klein, die Schrift. Auf jeden Fall sechhaft. Auf jeden Fall sechhaft. Ne, viel trinken. Tu ich doch schon. Deswegen ist es... Deswegen ist es ja so auf Pause. Weil ich mir ständig einen Tee hole. Beziehungsweise, gut, ist doch zweiter Tee. Aber der O-Saft haut mit dem... Mit dem Hustensaft auf dem Magen. Krieg ich Sodbrennen von. Ist bei Erkältung nicht ganz so prägend, glaube ich, die Kombination. Deswegen muss ich auf Tee umwechseln. Und bei einem Liter bin ich schon. Zwei Liter schaffe ich. Drei Liter schaffe ich selber. Meistens Sommer. Wobei ich da zur Zeit nicht mehr so sehr drauf achte. Ich habe leider vergessen, nach Honig zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich nur Honig habe. Ja, deswegen sag ich ja. Deswegen habe ich ja wohl den Saft nicht mehr weiter getrunken. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja selber. Ich tue es nur trotzdem immer wieder. Weil es ja doof ist, die ganze Zeit Pause zu machen. Deswegen habe ich halt die Säfte hier. Jägermeister haben wir nicht hier. Oder? Ich glaube, wir haben keine Jägermeister hier. Ähm, den Donutschnaps haben wir noch. Katja sagt, dass sie heute Abend ihr Baby können. Hilf gegen alles. Aber doch, dein kleines Fläschchen haben wir noch. Das kleine Mini-Fläschchen. Das müsste, glaube ich, neben dem Katzenfutter stehen. Das könnte ich trinken, aber ich mag keinen Jägermeister. Habe ich hier bei mir? Ja, gut. Ich weiß nicht. Ja. Den Jägermeister vermischt mit O-Saft. Das könnte ich trinken. Geile Idee. Aber dann sind wir wieder bei dem O-Saft. Was? Ja, was? Ja. Wie würdest du das mal nach Kindern gefragt? Ich dachte gerade, dass das da gerade ganz komisch aussieht. Hier, deinen Hut. Nimm deinen Hut und werd glücklich. Das wird ja doch nicht nachgefragt. Ich wusste, du hättest ihn. Du sagst, du hättest es. Du sagst, du hättest ihn? Nein. Du hast einen Strangstern in der Motor End, die es vielleicht haben? Nein. Warum? Das ist wahrscheinlich nichts. Ich weiß, ob du das ever gesehen hast. Okay, ich will. Hey, Lee. Du denkst, du hast immer noch Kinder? Ahem. Ich weiß nicht. Ich habe nicht gedacht, ich habe Kinder in einem lange Zeit gedacht. Na gut, danke für meine Hütte. Ich habe sie so mit Kühen streicheln. Ich bin nicht so noch kussisch. Also, ich habe ein bisschen gegründet. Ich bin nicht so mit Kühen. Ich bin nicht so mit Kühen. Hier, tu so Wurz. Was? Die kocht jetzt was ganz Besonderes. Bestimmt tut sie das. Die haben aber ganz schön viele Preise gewonnen. Na gut. Dritter, dritter, zweiter, 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 erster. Da ist nichts. Erstmal hier stalken und beobachten. Nichts. Und hier? Geh rein. Guck nach. Kisten. Und hier? Ah ja. Ja. Bestimmt. Guck mich wie sie sich verhalten. Hm? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, ich kann leider nicht raus tappen. Ich würde gerne was an die Gucken. Oh Gott, dann war ich müde. Ich weiß nicht, wie man... Warum soll ich... Ich habe doch nicht geknackt. Ich kann ja auch nicht... Ich kann ja auch nicht... Jetzt weiß ich, schließe ich immer doppelt ab. Ja, du, ich glaub bestimmt, dass man schnell einbrechen kann, also schnell schlossknacken kann. Du, ich kann's nicht. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie, Sankosu. Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Yeah! Na ja schon. Oh, ich hasse Husten. Schatz, warum hast du mich angesteckt? Ich glaub und weg. Äh. Ich hab nur gesagt, dass ich glaube, dass man schnell einbrechen kann, ich aber nicht weiß wie. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht wie ich ein Schloss knacke. Ich glaube nicht, dass es so geht wie in einem Film. Sicher bin ich mir aber nicht. Was? Ich will ja vorher nur streicheln, als ich war es nicht. Das war nicht gemeint! Du bist doof! Oh! Das hat an der Tür geklingelt. Ich bin gleich wieder da. Das hat echt coolatschyц. Ich bin gleich wieder. Ich darf... ... Ich brauche nicht. Ich bin gleich knapp, ich bitte. Mach ein besorgerd ... Jey, die ersten Weihnachtsgeschenke sind da. Wundert mich nur, dass sie heute ankamen. Aber hoho. Sehr geil. Und niemand wird herausfinden, was hier drin ist. Carina Gamara, vielen lieben Dank für ein Follow. Herzlich willkommen hier. Oh Gott. Ich glaube aber, kommt dann morgen noch ein Paket? Ich glaube morgen müsste dann noch eins kommen. Muss ja mal nachgucken. Weil eigentlich war, dass das für morgen kommt. Ich weiß, dass Montag was kommt. Das habe ich nämlich für Montag bestellt. Weil ich da wahrscheinlich nicht im Haus sein werde. Wie komme ich nochmal ins Internet mit meinem Handy? Da. Nicht, dass die in zwei Paketen kommen. Wäre ja schwachsinnig. So, und ich kann einmal den Ausschalter schon mal betätigen. Bestellungen. Eine Bestellung muss ich noch. Ah ne, das ist das, was morgen ankommen sollte. Okay. Never mind. Ja, das andere kommt Montag an. Und dann müssten nochmal fünf Pakete ankommen. Die muss ich aber erst bestellen. Die muss ich erst bestellen. Oh, nein. Habt ihr das geschickt? Schließt aus. Okay. Also, was wir oft jemals haben, ist eine Kette vor der Tür. Das habe ich tatsächlich grundsätzlich, wenn Fritz zum Beispiel nicht zu Hause ist. Habe ich grundsätzlich die Kette vor der Tür. Also, die man dann so reinsteckt und ne. Und zieh dann den Schlüssel raus, damit, ne. Im Fall der Pille. Also, zumindest. Den für oben. Er hat ja den Wachhund mitgenommen. Ich habe ja noch nicht mal die Post mitgekriegt. Ich bin von mir nicht bellt, der Hund. Ich habe aber gerade keinen Fauzi hier. Das muss der aber einen Wachhund mitnehmen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Junge? Hey, there, Andy. Yeah? Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, Doc. Trink endlich was. Mach ich gleich. Ich will nur mein Tee ein bisschen aufsparen. Ich muss sonst gleich wieder Pause machen. Okay, let's do this. Okay, let's do this. Ich weiß es nicht. Doch, wahrscheinlich. Weil... Nein. Wer kann... Achso, doch, hier. Obwohl es sehr gefährlich ist. Ne? Aber... Ich weiß nicht, ob das für eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob das für eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob ich Wasserflaschen wollte. Ich weiß nicht, ob ich Wasserflaschen wollte. Ah, Sonne. Ja, es ist halt problematisch, ne? Gerade. Vor allem während des Umzugs. Ich hatte eigentlich für die Streams auch immer ein Wasserkocher hier unten, aber den habe ich schon eingepackt. Da ich ja nicht allein in diesem Haus wohne, kann ich mir den Wasserkocher nicht einbleiben. Und wir haben, glaube ich, nur noch zwei oder drei Wasserflaschen. Deswegen... Ja. Da mein Schatz halt Wasser trinkt und ich trinke für gewöhnlich was anderes, lasse ich ihm die Wasserflaschen. Von daher... Das jo... Genug zu trinken habe ich hier, aber halt nichts. Keinen Tee. Ich weiß, dass ich mich daran bedienen könnte, aber ich tue es nicht. Mein Schatz brauche ich auch was zu trinken. Ja. Von daher. Mom! Dad! Dinner time! It's dinner time! Dinner time! Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Ich liebe dich. Ich schrieb nicht. Aber Familie gehört vor. Nein, kein Jägermeister. Ich will keinen Jägermeister, danke. Ich mag keinen Jägermeister. Außerdem ist es nicht meiner, der da steht. Ist immer noch da einer. Nein, ich wollte bitte nicht... Oh, ich wollte bitte nicht angucken. Ja, ich weiß, wie ich das Ding öffne. Danke. Mann. Ich wünschte, mein Konforter würde hier ordentlich funktionieren. Bei dem Spiel. Ich bin froh, dass ich die anderen Teile dann wieder auf... Playstation spielen kann. Ja. Getschen. адig. Ja, diegermeister nicht hörst du die Beld? Es ist nachmittag. Denn es ist so viel Blatt da drin! Und da, wir haben hier Essen, aber Dänni und ich sind noch immer viel zu tun, um zu haben, um viel zu leben. Wenn wir in den Wald etwas erschweren, wir machen es und dann auf der Seite des Kuchen. Mama macht uns das ein Schwerk. So, you see? Da nichts zu überkommen. Das ist's für heute. Das ist's für heute. Das ist's für heute. Ja, 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 schön Ist das nicht einfach verdächtig, wenn da der... Wieso? Das ist bestimmt nicht nur für Walkers Gauze pads I could use a shave Some kind of lotion Mhm Da geht ein Kabel durch Oh Da ist Licht Ich hasse es Selbst wenn ich nicht wüsste, was kommt Das Blut Ne, Tomatensaft Licht unter dem Ding Oh, ich würd's halt einfach nur hinter mich bringen Ich werd schon vorhin erfüllt Ich hasse es Ich freu mich, weil ich... Ich denk hier schon mit Kotzen Die Er hatte nur eine Schusswunde Er hatte nur eine Schusswunde von einem Pfeil im Rücken. Die essen... Die essen... Paar. Lauf, 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 lauf. Nein. Ui. Da. Ja, ist so eine Schusswunde. Ein Pfeil wurde geschossen. Ist so eine Schusswunde. Also, ja, so ein... Also, quasi... Also, irgendwo zumindest. Also. Ja, was? Da, wo ihm die Beine abgehackt. Also, nur. Ein Pfeil ist... Nicht so schlimm, wie... Beine abgehackt. Das ist doch nur. Was ist denn... Ein Vergleich? In Relation dazu? In Relation dazu? Das ist doch nur... Oh. Na? Irgendwie. Vor allem, der sagt, dass die Hände so gut haben können. Ja. Nee, danke. Allen, grandson. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. I'm going to puke. Just let us go. Andy is right. Wir gehen nach den Leuten, die immer wieder sterben werden. Dein Weg oder der andere. Das macht mich nicht so gut. Wir müssen noch etwas anderes machen. Das ist einfach nur E-Craft. I don't want to die mommy what did I eat everything will be okay ouch oh my god please someone oh oh was that necessary open the goddamn door oh my god you can't keep us in here i will tear you fuckers we gotta find another way out of here shit fucking bastards open this door down i will knock the goddamn door down a bit too much they tried to make us eat a person but you didn't do it the rest of us did god damn it if you had to drag your freedom dad now is not the time you okay clementine oh they didn't hurt you did they oh no 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 i know now key me i'm going to find us a way out of here mm mm whoa Hindu kannst not Boah, ich will jemanden lecksteinen? Da ist das letzte einer Da ist noch mehr auf der Weg! Lass uns jetzt! Wenn du willst, willst du leben? Das wird nicht helfen! Die Schäuze sind ziemlich ständig! Wir können aufstehen! Aber da ist kein Weg durch die Flügel! Wir können die Menschen in die Flügel schlafen! Können wir ein Loch hinter diesen Paletten? Nein! Ah, Herzinfarkt? Ja, auch noch. Nett. Ja, passt ja. Ja, er denkt weiter, ja. 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 Und das ohne Waffe. Ja, das gehört. Ja, das gehört. Ja, er ist auch nicht gebissen worden, aber... Remember what Ben said? Got to destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. Goddammit, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. Hm, für was sollen wir uns entscheiden? Bringen wir ihn um oder versuchen wir ihn zu retten? Ja, ich weiß es doch nicht. Eigentlich wäre es gut, wenn wir uns auf Kenny-Seite schlagen. Eigentlich. Hm. Ah. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.